Über diese Aufgabe müssen wir noch reden, die objektorientierte Modellierung eines Toilettenpapierspenders. Wer es nicht weiß, oder nochmal kurz zur Erinnerung, in der Technischen Hochschule Mittelhessen in Gießen im Gebäude A20 findet man solche Geräte zur Bereitstellung von Toilettenpapier, wenn man sich auf der Toilette befindet. Kurz beschrieben, das ist zwar ein Teil der Aufgabe, das alles so zu analysieren, aber da wir ja jetzt hier schon im Lösungsbereich sind, beschreibe ich mal, wie diese Toilettenpapierspender funktionieren. Wer das noch gar nicht genossen hat, die Aufgabe, diese Aufgabe, die habe ich verlinkt, diesen Text, den kann man dann nachlesen. Und diese Aufgabenstellung ist mit Aufklappanteilen verbunden, also wie hier, da kann man draufklicken. Und dann wird man wieder ein wenig weitergeführt in der Aufgabe. Also wer Interesse hat, das alles mal selber zu durchdenken und sich überhaupt auch mal die ganze Aufgabenproblematik verstehen möchte, dem sei empfohlen, erst mal diesen Text zu lesen und so lange das Video anzuhalten oder auch erst mal zur Seite zu legen. Weil ich glaube, das macht dann mehr Sinn, erst mit diesem Aufgabenhintergrund sich auch dieses Video dann anzuschauen. Das im Grunde steht aber auch alles in diesem Dokument drin. Auch die gesamte Lösung hier ist also, wenn man so möchte, eine Nachbesprechung oder eine Begleitung dessen, was man da auch findet, dass ich das hier auch nochmal durchgehe. Dieser Toilettenpapierspender ist eine metallene Röhre, die an der Wand befestigt ist. Und man muss hier verstehen, dass es zwei Rollen gibt, die diesen Automat, sehr, sehr primitiven mechanischen Automaten bedienen werden. Das einmal hier kann man es noch so ahnen. Hier gibt es einen Zugang, ein Schloss von oben. Das kann das Wartungspersonal öffnen und dann kann man Toilettenpapierrollen nachfüllen. Also von oben werden die hier nachgelegt. Dass hier oben noch was liegt, ist so die typischen Restbestände, die man halt irgendwo hin tut. Also von oben wird nachgefüllt die Toilettenpapierrollen. Die sind dann hier, wenn man so möchte, gestapelt. Und von unten, also hier geht es in der Mitte, das kann man jetzt nicht sehen, geht so ein Metallstab von oben nach unten durch. Und der hält auch diese Rolle in Position. Man kann also nicht einfach das Toilettenpapier so entfernen. Man kann das jetzt hier benutzen, das Toilettenpapier. Und wenn das die Rolle leer ist, dann kann man sie durch ein Loch hier unten durchführen. Und dann rutscht aber nicht automatisch die nächste Rolle von oben nach, sondern es gibt hier noch unten einen Bügel, den man dann eindrücken kann. Das sieht man hier so ein wenig angedeutet hier unten. Man kann dann diesen Bügel drücken und dann bekommt man die nächste Toilettenpapierrolle zugespielt. Dann gibt es noch, auch bemerkenswert, zwei Schlitze. Die haben auch tatsächlich eine Funktion. Die untere ist für unser 1, der die Toilette benutzt. Und im Falle des Falles, wenn man hier zum Beispiel sieht, die Lage wird knapp, zu wissen, liegt überhaupt noch eine Ersatzrolle nach. Und hier oben dieser Schlitz ist für das Wartungspersonal, um überhaupt zu wissen, muss ich nachfüllen, ist also mindestens eine Rolle aufgebraucht worden. Dann ist dieser Schließmechanismus zu betätigen und man kann das Ganze öffnen und nachfüllen. So weit, so gut, nochmal zur Erinnerung an die Toilettenpapierrolle. Wenn man, ich muss jetzt gerade hier kurz was nachgucken, sehr gut. Wenn man jetzt sich damit beschäftigt, dann führe ich Sie in diesem Dokument so einigermaßen durch. Was ist eigentlich, es geht schon mal überhaupt los mit der grundlegenden Fragestellung. Was ist denn überhaupt eine Toilettenpapierrolle? Und dann finden Sie hier, wenn Sie anklicken, einen ersten Modellierungsansatz, der relativ naheliegend ist. Man erstellt eine klasse Rolle, also Toilettenpapierrolle, modelliert auch die Anzahl der Toilettenpapierblätter, hat einen Konstruktor dafür, einmal einen leeren Konstruktor und hier einen Konstruktor mit einer gewissen Anzahl von Blättern, die man übergibt. Und dann kann man befragen, weil das das Entscheidende irgendwann, ist denn diese Toilettenpapierrolle leer, ja oder nein? Was sich an der Anzahl der Blätter, der Papierblätter bemisst. Und auf dem Weg dahin benutzt man diese Toilettenpapierrolle. Hier ist dieser Benutzungsgebrauch einfach darauf reduziert. Das ist ein sehr drastischer Modellierungsakt, dass man sagt, ich habe eine Toilettenpapierrolle, die hat so viele diese und jene Anzahl an Blättern Papier und ich entferne eine Anzahl XY hier, also N von der Rolle. Das geht natürlich nur im Rahmen dessen, was überhaupt noch verfügbar ist. Ich kann also nicht mehr Papier entfernen, als noch da ist. Das, was möglich ist, ziehe ich ab und dann gibt es hier noch als Gimmick, man kriegt dann die Zahl zurück, der Blätter, die man entfernen möchte, sozusagen die Freigabe des Papiers. Dass das alles nur Zahlen sind, daran sehen Sie, dass das eine besondere Art der Modellierung ist. Im echten Leben brauchen Sie auf dem Klo keine Zahlen, sondern Sie brauchen wirklich das Papier. Das ist also schon eine Abstraktion einer gewissen Grundfunktionalität, die versucht aber auch die Interaktion aufzugreifen, die ich mit der Klopapierrolle habe, im Sinne von, ich reduziere ihr Volumen, wofür auch immer ich das Papier nutzen werde und ich habe die Anfrage, bist du jetzt leer, ja oder nein? Sie werden später noch sehen, es gibt auch eine andere Art und Weise, wie man das modellieren kann, wie man da herangehen kann. Zum Üben ist es mal eine schöne Geschichte, wenn Sie mir jetzt zugehört haben, das Video mal anzuhalten und das nochmal versuchen nachzuprogrammieren, die Klasse für Toilettenpapierrolle. Wenn Sie das dann weiterlesen, dann sehen Sie einen ganz anderen Modellierungsansatz, den ich hier auch gewählt habe, später in dem Code. dass ich, und das ist wieder alles ein Thema der Modellierung, dass ich eine Toilettenpapierrolle gar nicht mit dem Wissen darüber ausstärkte, wie viel Blatt Papier hat sie und mich in lauter Erklärungs- und Kontrollprobleme verstrecken kann. Das haben wir ja schon eben gesehen. Wie viel Blatt Papier kann ich denn einfach abreißen? Dass ich das überhaupt nicht thematisiere in dieser Art der Modellierung, sondern nur wissen möchte, wenn ich diese Toilettenpapierrolle gebrauche, dann bin ich ja auch die Person, die darüber entscheidet, über den Zustand, ist jetzt die Toilettenpapierrolle leer oder nicht. Also entscheidet ist vielleicht nicht ganz richtig ausgedrückt, aber in dem Akt der Benutzung nehme ich über die Augen auch wahr oder ich fühle es, die Toilettenpapierrolle ist jetzt einfach leer. Das heißt also, mit dem Gebrauch der Toilettenpapierrolle teile ich der Toilettenpapierrolle mit das Wissen darüber, was ich als externe Person habe, ich teile der Toilettenpapierrolle das Wissen darüber mit, ob sie jetzt leer ist oder nicht. Das ist auch wieder eine Art informatischer Modellierung, aber sie merken, dass diese Verquickung von Zustand des Objektes und meiner Person als Beobachterrolle dieses Objektes dem Objektwissen mitteile über es selber, was es ja eigentlich in unserer Vorstellungswelt, was eine Toilettenpapierrolle ist, selber hat. Aber das ist ein anderer Zugang dafür, das ist der Preis dafür, dass ich die Toilettenpapierrolle drastisch reduziert habe in dem, was sie ausdrücken kann und was sie über sich selber weiß. Hier hat sie nur noch ein Wissen, bin ich leer, ja oder nein und das hat mir jemand gesagt. Ein ganz anderer Ansatz und Angang, das zu tun, aber der ist nicht schlechter oder besser als irgendwas anderes, sondern es ist eine Alternative, die ganz strikt die Funktionalität der Toilettenpapierrolle auf das reduziert, wofür ich sie informatisch modellieren möchte im Zusammenhang mit diesem Toilettenpapierspender. Und diese Entscheidung, was mein Zusammenhang ist, indem ich diesen Toilettenpapierspender modelliere, der ergibt sich hier erst durch die Lösung. Das ist gar nicht vorgegeben, sondern muss sich auch klären in einem Modellierungsprozess. Und hier geht es mir nur für die Lehre, nicht um irgendein Apparat, einen digitalen Analogapparat für einen Toilettenpapierspender zu entwerfen, sondern hier geht es mir darum, die Mechanik nachzumodellieren und dabei alles, was nicht nötig ist, von seinem Informations- und Datengehalt maximal zu reduzieren. Dann geht es noch darum, um das Thema, ein Toilettenpapierspender, Sie sehen hier der obere Teil des Toilettenpapierspenders, was ist denn das überhaupt? Das ist dieser Bereich hier. Wenn Sie darauf aufmerksam geschaut haben, wird Ihnen auch aufgefallen sein, das hier oben ist etwas anderes als das da unten. Das da unten ist das Nutzungsfach und das hier oben ist der Speicher zum Vorhalten von noch nutzbaren Toilettenpapierrollen. Diese Art des Speichers, den bezeichnet man als eine Queue, wenn man von oben etwas nachfüllt und von unten wieder entfernt. Jetzt habe ich in diesem Semester, letzte Woche war das, glaube ich, mit Ihnen schon eine interessante Diskussion gehabt, als wir das angefangen haben zu besprechen. Es kam nämlich ein interessanter studentische Beobachtung dazu. Da sagte jemand von Ihnen, naja, wenn ich hier den Deckel öffne, dann kommt so eine Stange mit raus. Und das bedeutet doch, dass ich auf diese Stange die Toilettenpapierrollen mache und dann das Ganze wieder hier draufsetze. Das stimmt. Die Stange ist verbunden mit dem Rohr, dem Innenrohr, was zur Führung der Toilettenpapierrollen dient. Das ist in der Tat verbunden mit dem Deckel. Aber ich habe meine Zweifel, dass dieser Apparat hier tatsächlich so befüllt wird. Ich nehme mal an, das wäre aber mal zu beobachten. Die Gelegenheit hatte ich noch nicht. Da muss ich mal jemanden fragen, wenn da jemand da ist. Ich nehme mal an, man nimmt das ab und nimmt auch die Röhre raus, aber lässt natürlich die Toilettenpapierrollen dabei hin, befüllt hier einfach die Toilettenpapierrollen und führt dann von oben wieder den Stab drauf. Der dient eigentlich ja nur als Führung und dann da unten auch als Mechanismus zur Entnahme. Also insofern glaube ich nicht, dass man hier einen nochmal anderen Mechanismus mit modellieren sollte. Eigentlich ist es hier nur ein Öffnen. Dann wird von oben nachgelegt und von hier unten wird entnommen. Und diese Idee, etwas zu haben, eine Führungsstruktur, die man von oben befüllt und von unten entnimmt Sachen. Das nennt sich eine Queue oder auch ein Puffer. Das ist eine Datenstruktur, die in der Informatik ebenso häufig vorkommt und auch wichtig ist, wie der Stapel, über den wir neulich gesprochen haben in der Veranstaltung. Das ist wie ein Bücherstapel, wo man eine Träger, wenn man das informatisch modelliert, eine Trägerstruktur braucht, an die man die Elemente dranhängt und die Trägerstruktur stellt die Stapelfunktion bereit, also auch das gedanklich aufeinandersetzen. Hier haben wir eine andere Art von Trägerstruktur, wo wir auf der einen Seite etwas hinzufügen und auf der anderen Seite etwas entfernen können. Und das genau ist unsere Art des Gebrauches von diesem Puffer oder dieser Queue. Wenn man sich das hier anschaut, dann erkläre ich Ihnen genau, was so eine Puffer und eine Queue in der Modellierung als Datenstruktur ist. Dass man zum Beispiel eine weitere Rolle, also jetzt ist die Queue angepasst auf unser Problem, dass man eine weitere Toilettenpapierrolle hinzufügen kann. Ob das geglückt ist oder nicht, sagt hier der Buhlsche Wert. Also das heißt, auch eine Queue, ein Puffer hat eine bestimmte Größe und wenn die Aufnahmekapazität erreicht ist, dann ist das Hinzufügen eben nicht erfolgreich. Dann weiß man, die Übergebene, also der Versuch ist fehlgeschlagen. Wenn man eine Rolle auf der anderen Seite gedanklich entnehmen möchte, also auf der einen Seite fügt man hinzu, auf der anderen Seite kann man entfernen. Und es tatsächlich wird sehr häufig die Queue der Puffer durch eine Röhre dargestellt, damit klar ist, auf der einen Seite schiebt man hinein, auf der anderen Seite zieht man heraus, entfernt man. Dann bekommt man, wenn man entfernt ist, natürlich eine Toilettenpapierrolle zurück. Um die, hier ist noch die maximale Aufnahmekapazität der Queue und um die Schlitze, die Sichtschlitze abzubilden und modellieren zu können, habe ich hier mal eine Funktion, eine Methode eingeführt, die mir an irgendeiner Position in der Queue erlaubt, dahin zu schauen und dass ich dann eine Rolle sehe. Es ist jetzt in der Modellierung vielleicht relativ fatal, was hier passieren kann. Sie müssen aufpassen, in der Objektorientierung, wenn ich ein Objekt zurückgebe, auch wenn ich es nur hier gedanklich anschaue und ich gebe eine Referenz auf dieses Objekt zurück, dann heißt es, dass jemand anderes dieses Objekt verändern kann, der dieses nur angeguckt hat. Und das ist ja etwas anderes eigentlich von unserem physikalischen Verständnis in der realen Welt. Wenn wir etwas herausnehmen, also entfernen aus der Queue, erst dann steht es uns zur Verfügung und nicht allein durch das Draufgucken können. Sonst hieße das ja, dass Sie durch dieses kleine Löchlein sich bedienen könnten, also durch das Sichtfenster bedienen könnten. Ich weiß, mit viel Gefrickel wäre das vielleicht möglich, aber Sie verstehen, worauf wir hinaus wollen. Ein Sichtfenster erlaubt mir nicht den Gebraucher. Darüber müssen wir uns nochmal Gedanken machen an späterer Stelle. Das wird auch in dem Text noch kommen. Wenn wir jetzt zum Toilettenpapierspender kommen, die Idee des Toilettenpapierspenders, die ist zusammengesetzt aus, und dann gehen wir mal zurück auf das Bild, aus der Queue und einem, nehmen wir das mal einem Slot, einem Fach, wo die Toiletten, das eine, die zum Gebrauch gerade gedachte Toilettenpapierrolle bereitgestellt wird. Und das ist dann auch durch diese Arten von Methoden versucht zu beschreiben, da sehen Sie aber nicht, dass im Hintergrund tatsächlich eine Queue verwendet wird. Das müssen wir dann bei der Implementierung berücksichtigen. Aber wenn wir jetzt mal die Methoden des Toilettenpapierspenders ansehen, dann sehen Sie, dass wir hier befüllen können. Ähnlich wie das mit der Queue war. Bekommen wir hier einen Bueschen-Wert zurück. Hier sehen Sie aber einen ganz neuen Trick, dass die zwei Schlitze oben ist es voll und für mich unten bin ich noch safe, bin ich noch sicher, wenn ich hier aus Klo gehe, also zu sehen, dass noch mindestens eine vorgehalten wird, gibt mir jetzt keine Rolle mehr zurück, sondern eine Sicht auf eine Rolle. Das ist ein interessanter Trick. Also jetzt zu sagen, du bekommst nicht wirklich eine Toilettenpapierrolle, sondern eine Sicht auf die Toilettenpapierrolle, die da ist. Mit dieser Sicht kannst du machen, was du willst. Die kannst du nämlich auch nicht abwickeln, dann kannst du kein Papier von nehmen. Dann gibt es noch den Slot. Da können wir reinschauen in den Slot und bekommen eine Papierrolle zurück. Dann können wir den Slot leeren und wir können die nächste Rolle runterziehen aus der Queue. Das ist auch natürlich wieder so eine interessante, warum ein Blick in das Fach für die Papierrolle sollte hier eine Rolleview. Wir müssen vielleicht mal, oder Sie gucken mal in den Codes und schauen nach, was da los ist, warum ich das so gemacht habe oder ob ich hier versehentlich einen Fehler sogar gemacht habe. Diese Rolleview versuchen wir das nur noch mal kurz aufzuarbeiten. Hier zeige ich Ihnen mal einen Gebrauch der Erweiterung, also das, was wir auch in der Objektorientierung gerne Vererbung nennen, in einer Art und Weise, die verletzt das, was Sie in einem Text von mir mal gelesen haben zum Thema Vererbung und bestimmte Voraussetzungen, die man daran knüpft, um zu entscheiden, ob das überhaupt sinnvoll ist. Hier habe ich eine sogenannte abstrakte Klasse. Eine abstrakte Klasse ist eine, von der ich keine Instanz bilden kann und das ist eine Rollview und wie Sie sehen, die ist hier mit einigen Sachen fertig vorbereitet, also mit einer burschen Variable Empty, das knüpft also an, an diese ganz einfache Art, eine Toilettenpapierrolle zu modellieren, dann kann ich sie befragen und hier gibt es nur noch eine ToString-Methode und jetzt kann ich das alles erben, das muss auch irgendeine Klasse tun, sonst würde diese abstrakte Klasse gar keinen Sinn machen, weil sie ja keine Vorlage für eine Instanz sein kann, muss es also irgendwo eine Klasse geben, die sie erweitert und dieses Erweitern fügt jetzt noch dieses Use hinzu, über das wir eben gesprochen haben und macht aber auch die Möglichkeit, nur eine View zu bekommen von dieser Toilettenpapierrolle und das machen wir über ein Casting. Ich möchte Ihnen eigentlich nicht unbedingt empfehlen, dass Sie das standardmäßig so machen, aber Sie sehen jetzt mal das, was Sie an anderen Stellen gelernt haben, wie man das nutzen kann. Ob Sie das standardmäßig so tun sollten, ist ein anderes Thema, aber Sie können es so nutzen und dann bekommen Sie also die Roll-View zurück, Sie bekommen also die eigene Instanz, die hoch gecastet wird auf die Oberklasse. Jetzt sagte ich eben, das ist irgendwie keine gute Art der Vererbung, dieses Extens, das heißt ja, eine Rolle ist eine Roll-View, also eine Toilettenpapierrolle ist eine Toilettenpapierrollen Sicht und das ist natürlich irgendwie ein bisschen schräg, also dass die Sicht irgendwie die Oberklasse ist, dass das die Obereigenschaft einer Toilettenpapierrolle ist. Mit viel Liebe kann man das vielleicht so sehen, aber da es sich hier um eine abstrakte Klasse handelt, die sowieso nicht instanziierbar ist, ist sie eine Art Vorlage, ein Template, ein Erweiterungsding, was sowieso durch irgendeine Klasse erweitert werden muss. Da ist also mehr die Idee bei einer abstrakten Klasse, ich kann eine Vorimplementierung liefern und die kann ich dann vervollständigen, wie das hier auch passiert ist. Ich nutze das, also insofern ist dieser IsAid-Test hier begrenzt nur anwendbar, man kann es also auch vertreten, dass man sagt, ja, das ist ein netter Trick, wie ich diese Roll-View mache, indem ich die abstrakte Klasse habe, ihr bestimmte Eigenschaften gebe und durch das Upcasting einer Referenz damit entziehe, jetzt mit dieser Rolle irgendetwas zu tun, sie bekommt nämlich nur die Sicht da drauf und kann nur fragen, das was man mit einer Sicht auch tun kann, ich kann nur drauf gucken und sagen, bist du denn leer, ja oder nein, mehr kann ich überhaupt nicht machen. Obwohl es sich hier also um eine Toilendenpapierrolle handelt, habe ich durch dieses Upcasting nur die Sicht zurückgegeben und nicht die Toilettenpapierrolle selber. Wie gesagt, das ist nur erstmal eine Möglichkeit das zu tun, damit sie sehen, wie ich bestimmte Fähigkeiten, die Java mitbringt, hier verwerten kann, um bestimmte Ziele zu erreichen, damit also nicht jemand mir die Toilettenpapierrolle verändern kann, obwohl er oder sie nur drauf geschaut hat. Wenn man das Ganze jetzt programmieren möchte, das habe ich hier gemacht, steht Ihnen auch zur Verfügung, das ein bisschen kurz, da springen wir mal hier rüber, der ist hier ein bisschen besser einzusehen. Da sind die verschiedenen Schritte des Modellierens, der Toilettenpapierrolle, hier das mit diesem Empty und dann kommt das mit dem Rollview und der Roll. Das haben wir soweit alles besprochen. Eine kleine Zwischenbemerkung noch. Sie sehen hier, dass ich auf eine bestimmte Art und Weise teste, wie Sie das bisher noch nicht bei mir gesehen haben. Hier oben haben wir das noch nicht. Ich importiere eine besondere Java-Datei, ein kleines Test-Framework, was ich mir geschrieben habe, das hier oben auch verlinkt, was mir das Testen ein wenig vereinfacht. Sie werden, wenn Sie hier drauf schauen, wahrscheinlich auch intuitiv verstehen und werden auch intuitiv dieses Test-Framework verwenden können. Sie werden also verstehen, was das hier ausdrückt. Aber ich möchte das jetzt gerade nicht, damit das Video nicht noch länger wird, zum Hauptthema machen, sich über diese Art des Testformulierens, Testschreibens weiter zu äußern. Das überspringen wir mal und kommen jetzt mal zu dem Punkt, wo die Roll-Queue, also die Queue für Toilettenpapier modelliert wird. Hier sehen Sie den Füllstand, das soll Level sein. Füllstand ist grundsätzlich erstmal 0. Dann gibt es eine Speichervorrichtung, dafür nehme ich nämlich ein Array von Toilettenpapierrollen und das war es auch schon. Ich brauche also nur den Füllstand zu wissen und das Array. Das muss natürlich vorkonfiguriert werden auf eine bestimmte Größe, das macht dieser Konstruktor hier, wo ich einfach sage, mein Store ist jetzt so und so groß, den kann ich nutzen für diese Datenstruktur und zur Umsetzung der Datenstruktur einer Queue. Hier einer Toilettenpapier-Queue. Etwas hinzuzufügen ist total simpel. Wir, Sie kennen das noch, wir haben hier diesen Füllstand plus plus Postfix, das heißt wir erhöhen nach dieser Operation, dass wir die neue Rolle in dem Store an dem Level gelegt haben, danach erhöhen wir den Füllstand um 1 und dann geben wir einfach zurück True, wenn es erfolgreich war. Und vorher müssen wir nur überprüfen, ist das denn überhaupt noch möglich, hier ein Element zuzufügen und wenn nicht, geben wir ein False zurück. Ein Element zu entfernen ist deswegen ein bisschen aufwendig, weil Sie sich die Logik vorstellen müssen, was da jetzt passiert. Man kann das auch ein bisschen effizienter noch machen, aber hier wollte ich es anschaulich vermitteln, wenn Sie von einer Queue, stellen Sie sich also eine Röhre vor, auf der rechten Seite was hineintun, auf der linken Seite was entfernen und Sie drehen das Ganze um 90 Grad, dann wird es noch deutlicher, wenn Sie wie bei dem Toilettenpapierspender unten ein Element entfernen, dann rutschen die von oben einfach nach. Und das ist hier nachgebildet von mir. Man kann das auch mit zwei Variablen sehr geschickt machen, dass man diesen Rutschen nicht machen muss, aber hier lag es mir daran, dass ich Ihnen versuche mal zu zeigen, wie man auch dieses Runterrutschen nachbilden kann, wenn man das so tun möchte. Erstmal müssen wir natürlich gucken, ist der Füllstand überhaupt so, dass man noch was entfernen kann, wenn nein, geben wir null zurück, dann speichern wir uns das erste Element, weil das werden wir gleich zurückgeben, also das, wenn wir es um 90 Grad gedreht haben, wie beim Toilettenpapierspender das unterste und hier diese Schleife hat nichts anderes als die Aufgabe, sehen Sie es dann hier, dass wir von oben nach unten fallen lassen. Das wäre also das freigewordene Plätzchen, wir fangen ja hier an mit null, mit der Toilettenpapierrolle da drüber besetzen, dann gehen wir eine Position höher und dann wieder dasselbe bis wir fertig sind und das oberste Element wird dann geneigt, weil das ist jetzt leer und hier sehen Sie, dass wir mal in Prefix Stellung, also vor der Zuweisung hier im Store wird der Level um 1 reduziert. Das Hinschauen, das Peak, wie Sie sehen, gibt uns tatsächlich aus dem Speicher an der Stelle, das wird hier nur noch überprüft, ob das legitim alles so ist, geben wir die Rolle zurück und dann haben wir noch eine ToString-Methode, die uns den Stapel, sorry, nicht den Stapel, die Q darstellt. Und hier noch die Size, die ist einfach durch die Größe des Arrays festgelegt. Denken Sie da dran, dass Sie das nicht zu tun brauchen, ein Array kennt die Größe, ich muss mir also nicht die Size selber merken, wenn ich da mit dieser Size ein Array gesetzt habe. So, das war es schon, das ist gar nicht so aufwendig und kompliziert, diese Art das so umzusetzen. Hier wieder ein Haufen Tests, die einfach nachprüfen, habe ich denn die Q tatsächlich so implementiert, wie ich das jetzt eben wollte und auch beschrieben habe. Und dann kommen wir noch zur Umsetzung des Toilettenpapierspenders selbst. Der besteht, Sie sehen, Minimalismus ist beim Programmieren häufig gut vertretbar und auch angesagt, der besteht nämlich aus dieser Q hier oben und dem Fach. Und dafür gibt es genau diese zwei Variablen. Die Q und den Slot, der natürlich am Anfang erstmal null ist. Der Dispenser, also der Spender, der gibt mir den sorry, den bekomme ich zurück, nachdem ich gesagt habe, von welcher Umfang denn diese Q sein soll. Also der Blechkasten, der da oben drauf sitzt. Und entsprechend wird von dieser Größe eine solche Q eben angelegt. Und jetzt ist es gar nicht mehr so schwer, wenn Sie hier die Sachen anschauen, wie diese Methoden funktionieren. Die sind jetzt da, wie die Datenstruktur vorumgesetzt haben. Sie sehen auch da ein informatisches Prinzip der Teilung, der Arbeitsteilung und Sachen separat zu beschreiben und umzusetzen. Also so eine Q können wir beschreiben und umsetzen. Machen wir, implementieren wir, können wir testen, dann wissen wir, dass das funktioniert. Jetzt können wir diesen Apparat zusammensetzen aus Q und Slot und dann wird der Code nur noch knapp, weil wir wissen, wir haben ja eine vollständige Implementierung der Q dazu. Hier sehen Sie eben das Auffüllen in der Q, das ist praktisch nichts anderes als, sorry, des Toilettenpapierspenners ist nichts anderes als eine Übergabe oder Weitergabe an die Q, die dort mit umgesetzt wird. Hier die unsere zwei Beobachtungsschlitze und das sehen Sie, jetzt bekomme ich aber eine Rollview zurück. Ich hole mir über das Peak, da ist es so angemessen, über das Peak sehe ich und nehme gleichzeitig die Referenz, jetzt könnte ich damit Unsinn machen, aber das verhindern wir damit, dass wir eine Rollview zurückgeben. Das heißt, im Toilettenpapierspender ist die Sache auf einmal abgesichert. Ich komme nicht mehr so einfach an die Toiletten, an die Rolle dran, sondern bekomme die Rollview, wo die Q selber mit der Peak-Methode, insofern war das eben kein Fehler, mit der Peak-Methode mir tatsächlich Zugriff auf die Rolle gibt. Wenn wir den Slot leeren wollen, dann müssen wir nur ein bisschen gucken, gibt es da noch was, ist da noch was nachzufüllen, rutscht das Ganze. Hier haben wir, sorry, jetzt wollte ich, nee, wir müssen hier gucken, ob der Slot überhaupt empty ist, dass wir ihn leeren. Genau, das ist die Toilettenpapierrolle nach unten durchfüllen, so ist das gemeint. und hier haben wir die nächste Toilettenpapierrolle mit diesem Bügel, den wir dort haben, eindrücken müssen, dass sie von oben runterrutscht. Sie sehen, im Wesentlichen ist das hier nur, dass die Q jetzt um ein Element erleichtert wird, also um eine Rolle erleichtert wird und wenn der Slot gar nicht leer gemacht wurde dafür, also wenn wir den gar nicht vorgeleert haben, dann heißt es, das geht überhaupt nicht, der ist ja noch immer im Gebrauch. Da bekommen wir den Slot selber, die Rolle, die bekommen wir also zurück aus dem Slot und hier ist noch die ToString-Methode und noch ein Haufen Tests dazu. Ich hoffe und Sie sollten vielleicht auch mal versuchen mit dem Objekt- Inspektor sich das Ganze auch in der Struktur noch mal klar zu machen. Ich hoffe, dass Ihnen das gelingt. Sie haben eigentlich mit den anderen Videos, die wir uns zusammen angeschaut und besprochen haben, mit dem Baum und dem Cursor dazu, Sie haben jetzt eigentlich genug Wissen dazu, dass Sie das hier vermutlich auch im Kopf gut rekonstruieren können. Ich habe das mal gemacht mit einem vorherigen Semester, nur die Queue mal versucht nachzubilden und hier sehen Sie die ganzen Strukturen, die sich da so ergeben und Verlinkungen, wenn man wieder was hinzufügt, Sie sehen hier, da ist diese Trägerstruktur, die aufgebaut wird und daran hängen dann die Toilettenpapierrollen, also das ist der Code, der Klassencode mit den entsprechenden Variablen dazu. Da sehen Sie schon, dass das sehr ähnlich ist, wie wir das zum Beispiel zum Stapel besprochen haben, ich muss jetzt nur andere Verweise haben, auf den Head, den Kopf und Tail, das Ende davon und ich muss hier andere Verweise fertig haben, damit ich ja verlängern kann oder kürzen kann und dann habe ich nur noch Verweise auf die einzelnen Elemente, die an diese Trägerstruktur angedockt werden und mit den Methoden kann ich jetzt die Zugriffe machen, dass ich von der einen Seite nur hinzufügen kann und von der anderen Seite entferne. Hier sehen Sie also, dass das vorderste Element B0, also der vorderste Träger, der R0 hält, wenn ich mehrere hinzufüge, wird das hier nach hinten dran gehängt, also sie verlängert sich in diese Richtung, wie man hier auch sehen kann, B0, B1, B2 und wenn ich entferne, dann nehme ich von vorne weg und verkürze von vorne hin. Das werden Sie, wenn Sie sich diese Strukturen so anschauen und zum Beispiel mit dem Objektinspektor arbeiten, werden Sie solche Sachen genauso beobachten können und Sie werden dann auch nochmal für sich klarkriegen, dass das, was wir hier so als Bild sehen und uns so zerlegt haben, alles wieder nur im Sinne des Objektdiagramms Kreise sind, die für Objekte stehen und Pfeile für die Referenzen. Das wird zu einem durchaus ausführlichen Bild, je nachdem, wie groß Ihr Toilettenpapierspender tatsächlich ist, aber er hat seine Struktur und seine Regelmäßigkeit. Sie müssen also lernen, mit so einem Code dahinter auch diese Strukturen zu sehen, die sich aufbauen. Das kann man dann weg abstrahieren, wenn man das einmal verstanden hat. Wo haben wir sie? Die Queue selber, die war hier vor, hier die Queue, dann können sie das gedanklich weg abstrahieren und dann eben größere Geräte damit bauen. Das ist das Kästchen, das Kompositionsprinzip, was die Ingenieurwissenschaften schon ganz lange machen. Und man muss nur noch den Gebrauch mit dem Kasten kennen, also das Interface mit diesem Kasten kennen. Aber es ist, das dauert und als Anfängerin brauchen Sie vielleicht ein bisschen länger dazu, aber versuchen Sie sich auch solche Objektstrukturen, die da ablaufen, klar zu machen, weil es eine Essenz der ganzen Art, wie Objektorientierung funktioniert. Anderes Thema bleibt noch dieses Testing Framework, aber das ist vielleicht mal ein weiteres Video wert. Machen Sie es gut und Happy Coding! Ich habe ein H H H H H H Vielen Dank.